Ich glaube, jetzt tut mir auch gleich was weh. Achso, oder auch nicht. Ja, komm, ich bin nicht so. Ich helfe dir. Ich würde sagen... Warte mal, bis du oben bist. Ups! Wieso hast du dich gehalten? Ich wollte es spannender machen. Äh, ja. Ist das doch jetzt, oder? Ja, ich bin nicht so, oder? Ja. Oh mein Gott, ich fühle mich wie in Uncharted, wo ich ne... Ah, jawoll. Episch. Oh, ich meine, schützt sie uns. Es ist... Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Ja, ich do mind. Ich bin irgendwie busy hier. Ma'am, dein husband ist aus der Pris-Nur. Stop calling me ma'am, okay? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hör, wenn er versucht, Kontakt mit dir zu machen, dann lass uns wissen. Ja, sicher. Und was hältst du so von meiner lieben Frau? Sie hältst du dir und das finde ich stark. Ja, ne? Und das trotz Gefängnis und allem drum und dran. Aber gut, sie weiß ja auch, dass ich unschuldig bin. Quasi. Ja, ja, also, ja. Semi-unschuldig. Wir müssen dann mal kurz ins Haus gehen. Wartest einfach ein paar Minuten, ja? Dauert nicht so lang. Kannst du mit Alex spielen. Ja, ja. Ah, ich bin nicht fokussend heute. Ah, leicht zu überzeugen, der Junge, Mann. Amen of God. Ah, ich bin nicht fokussend heute. Ich liebe dich, buddy. Ich liebe dich so viel. Ah, ich weiß, du bist ein herzloser Mensch. Willst du ein bisschen Basketball spielen? Ich wundere es ein bisschen, dass die Polizei die Frau nicht observiert. Ja, stimmt. Oh, komm mal, nur ein Spiel? Komm mal, Vincent. Okay, Leute, ein Spiel. Get ready to lose, Junge. Ich werde gewinnen. Ah, du weißt, ich werde gewinnen. Na, der ist wenigstens nicht so einsehbar. Are you guys ready? Oh, we're ready. Let's go. Okay. Oh, jetzt geht's auf die Fresse, kleiner Mann. Daddy, pass it to me. Here. Hä, ich dachte... Was? Ich dachte, ihr spielt gegeneinander. Nee, wir spielen gegen dich. Ich kann dir gar nicht irgendwie abnehmen, oder so. Das war die Werfentaste, verdammt. Wie, so macht ihr dem falsche Hoffnungen? Gar nix falsche Hoffnungen, du Labertasche. Krieg erst mal Kinder. Ich weiß nicht, ob ich so... Ich weiß nicht, ob ich so... Geh jetzt an deine Mutter. Okay. Ja? Ja? So, falsche Pferde legen und so. Wäre doch gut. Sicher, dieser Ray-Guy wird uns Harveys-Lokation geben. Er ist besser. Was, wenn er nicht? Du wirst. Vertraue mir. Hier. Hey, 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 hey. Wo denkst du, du gehst? Wir sind hier mit jemandem sprechen. Was ist das Problem? Was denkst du, das ist? Ein Kaffeeshop? Das ist ein Konstruktion-Site. Du kannst nicht nur hier waltzen. Blöffen oder drohen? Ich bin für blöffen. Du bist so brav. Weil es funktioniert. Also ich glaube, wir haben echt die verschiedenen... Ja? Und du wirst mich stoppen? Du musst mich entschuldigen, mein Freund. Er hat noch seinen Morgen Kaffee gehabt. Aber er ist richtig. Wir sind hier, um zu schauen, ob dieser Site... ... ist auf dem Code. Jesus Christ! Eine weitere Inspektion? Was ist das mit euch? Wir bleiben einfach und bleiben und bleiben und bleiben. Das ist so, dass wir dich ehrlich halten. Das ist richtig. Wie ist das funktioniert? Ich glaube, beides hätte funktioniert. Ja, ja. Wenn wir die bedroht hätten, wäre die Polizei gekommen, hätten wir Schießerei gehabt, hätten wir weggerannt und hätten noch einen ganz anderen Weg holen müssen. Der diplomatische Weg, das ist der richtige. Jo, im echten Leben. Auf jeden Fall. Ich wünsche, ich könnte das auch sagen. Was fällt da jetzt voll auf, wenn wir die Heymin hier aufziehen? Ja, dann haben auch keine auf. Ich gehe erst mal aufs Klo. War schon länger nicht. Was sagst du? Relaxed, tough guy. Bist du dich sarkastisch? Ich? Nein. Ich bleibe dich ehrlich. Bist du dich ehrlich über was? Bist du auch noch eine Runde? Hey! Erst wenn wir fertig sind, wir unterhalten. Ach komm. Wir sind fertig. Okay. Warte doch auf dem Klo. Warte doch, ich rede dich nochmal an. Alter, kannst du ein bisschen leiser? Mein Gott. Du brauchst ganz schön lange, deiner war schneller noch. Ja, ich habe immer noch Kuh getrückt. Ja, aber mitten im Geschäft abbrechen, das ist ja auch nichts Tolles. Oder noch vor dem Ab... Also noch vor der Seiberung. Hey! Hey! What? I can't hear you! I'm looking for your boss! My what? Your boss! You know where he is? What? Hey, er fragt den Dude mal, ob er sein Gerät mal ausmachen kann. So what's your job here? Oh, I lived heavy shit man. Until my back breaks. Sounds easy enough. You're telling me. Sorry. I'm gonna be honest with you. I'm looking for your foreman. To beat his ass. Really? Now that sounds like a great idea to me. Right? You know where it is? Yeah. Take the elevator. It's further down. Okay. Bei mir hat er selbst abgestellt. How about you take a break and help me find your foreman? I can't take a break now, I will fire my ass. Okay. Well, can you at least tell me about his whereabouts? I don't know. Go ask someone over there. Come on. Warte auf dich. Hey, ich hab den erst gefragt, wie du von mir verlangt hast. Ja, ja. Lass dich machen, was ich sagen, sonst machen wir, was ich denke. Das hast du wohl auch gedacht, sonst hättest du das nicht gesagt. And you, where's your heart at? Wichtiges hätten wir behaupten, dass Denken und Reden bei allen Menschen immer zusammen funktioniert. Nein. Oh, das ist shit. RANK YOU! Das ist gut, du rennst. Ich nehm den Aufzug. Oh, dafür bleib ich wenigstens fit. Oh, shit. Out of the way. Ah, shit. Hey, asshole. Uh-oh. Get out of the way. Whoa, 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 shit. Uh-oh. Gott, wie viel E-Tippen soll ich denn noch? Oh, okay. Er macht ganz schön viel Wind auf seiner Baustelle. Bist du auf dem Dach von denen? Ja. Das ist cool. Oh, shit. Oh, shit. Where'd he go? I'm gonna kill him. Hey, relax. No need to use that now, okay? Why the hell not? Let's focus on finding him first. Whatever. Let's go. Ist... Uh-uh, nevige Beiderci-Tribles oder so. Ja. Uh-oh. Hey! Hey! Er ist auf dem Klo. Hey! Oh, oh. Entschuldigung. Er war nicht auf dem Klo. Uh-oh. Uh-oh. There's another container here. Let's check it out. Where are you at, huh? He's not here. Keep looking. Vielleicht ist er dort, wo Exit steht hin? Oh, shit! Ah, da ist er noch. Ich hab ihn. Hey! He's over here! schnell! Er, wo, w, w... Ah, da! Schnell! Er war aber langsam. Shit, Leo! You got that piece of shit! I'm gonna kill you! Hey, Vincent! Listen! I got an idea. Let's use that grain in there. Alles klar. Und rauf mit dir. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er ging. Wir werden immer schauen. Er muss da irgendwo sein. Woa, 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 woa. Holy moly. Das kann ins Auge gehen. E-tippen, eee, eee, eee. Ja. Ja, kurz einmal überlegen zu schauen, was passiert, wenn ich es nicht trug. Mua. Du immer. Das ist eine beschissene Baustelle. Jetzt haben der Typ vor. Ja, komm hier rüber, komm hier rüber, komm hier rüber. Jawoll, Action-Szene auf dem Container. Da hättest du eh drücken müssen. Jaaa. Stopp sie nicht runter, ne? Habe ich nicht vor. Ich würde aber auch gerne nicht fallen. Einig doch mal. Alter, der geht mir auf die Nerven. Jawoll. Leute, was soll denn plötzlich diese 2D-Ansicht hier? Können wir bitte wieder in die Standard-Ansicht wechseln? Lass mich gehen! Ich kann sie sich nicht behalten! Oh, verdammt. Was denkst du, Hugo? Oh. Geh deine Hände weg von mir! Mann, was ne ätzende Rennerei. Oh, ja, ja, ja. Puh. Naja, zumindest haben wir ihn. Vielleicht stößt er sich am Stuhl vom Dach. So? Willst du mir sagen, wo Harvey ist? Mh. Fuck you! Ich hab' dir nichts sagen. Fuck me, hm? Okay. Oh, schau an das! Woah! Eine Schraube! Ich wundere, was du mit dem tun könntest. Vielleicht kannst du es auf deinen Arsch. Du weißt was? Was? Let's put it here for now. Hey, Vincent! Ich weiß nicht über dich, aber ich sehe viele verschiedene Dinge hier, die diesen reden könnten. Was sagst du? Leute, komm mal! Ich hab' ein paar Ideen. Ja, ich auch. Mal sehen, ob ihr reden könnt oder nicht. Naja, wir können doch einfach mit der Knarre in sein Knie schießen. So? Wo ist Harvey? Ich weiß! Ich weiß nicht! Hohl die Lampe oder so. Ja, Nagelpistole ist auch schön. Ich hab' den Schweißbrenner ja alles schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab' mir vor, als hätte ich ein kleines Problem mit Gewaltkontrolle. Ich hab' hier aber was, was... Ja, ja, wir werfen ihn jetzt einfach runter. Komm! Oh, jetzt lass mich mal kurz ran. Ja, hol' die Nagelpistole. Neuse Wallet. Oh, Blieftasche. Oh... Oh... Und was ist das? Echt, seine Familie ist nicht Druckmittel genug? Oh, die Lampe, die ist nett. Oh Gott, die Neugestol ist. Was? Nee, nee, der zählt wieder in den Schwachsinn. Was liegt da in der Luft? Die Lampe, die ich in der Hand habe. Ich hätte ja schon gerne die Nagelpistole doch noch ausprobiert. Ja, da warst du aber zu schnell mit deiner Lampe. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich zu nett bin mal wieder. Ich glaube, wir gehen dann nach Mexiko. Ja, wir brauchen größere Schäden als das. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Was machst du? Was sieht es aus? Warte, steig an. Ich habe einen Kontakt, der uns in Mexiko fliegt. Ich weiß nicht. Das ist gut. Ja, alles schon gemacht. Ich habe eine Idee, wie man diese Schäden holt. Aber wir brauchen Geld. Du lachst? Ist das mein Ernst? Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich bei den ganzen neuen Autos so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Wie was? Ich habe es doch schon gemacht. Bei einem halb neun Auto vermutlich. Ja, aber warum sollte das nicht gehen? Die Tür muss von innen immer aufgehen. Ich habe es doch schon gemacht.